Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein. Das sollten Sie. Michael Myers ist eine Ikone. Grauenerregend und brutal. Er wurde zu einem klassischen Filmmonster. Er ist das pure Böse. Absolut gnadenlos. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween 3 unschuldige Teenager ermordet hat. Michael Myers sitzt seit 40 Jahren in Haft. Er ist kein Wehrwolf, kein Hannibal Lecter. Er hat keinen Grund. Er tötet ohne Sinn und Verstand. Er hat auf diese Nacht gewartet. Das Monster unterm Bett oder im Kleiderschrank. Er hat auf mich gewartet. Keine Gebete können dich vor ihm retten. Ich habe auf ihn gewartet. Michael! Copyright Untertitelung des ZDF, 2020